Mit der friedlichen Revolution 1989 verbinde ich auch, dass man durch friedliche Demonstrationen und durch friedliche Revolutionen Dinge verändern kann für Einigkeit, Recht und Freiheit. Die deutsche Einheit hat auf mein Leben den Einfluss, dass ich barrierefrei reisen kann. Ich kann von München nach Dresden, nach Leipzig fahren, ohne an einer Grenze oder Mauer stehen zu bleiben. Wir gemeinsam, die Bundesrepublik Deutschland, sind wirtschaftlich stärker geworden durch die deutsche Einheit. Wir sind auch weltgesehen, welttechnisch gesehen, stärker geworden. Ich wünsche mir in Deutschland, dass gemeinsam mit Herz und Hand, mit Zusammenhalt und Brüderlichkeit für eine Einigung steht. Der Bundesrepublik Deutschland für ein Europa, für ein geeintes, federales Europa. Durch die Wiedervereinigung haben wir gezeigt, dass es friedlich geht, ein Land zu einen. Dass wir friedlich demonstrieren, dass wir friedlich Veränderungen machen können. Das müssen wir auch in Zukunft machen. Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, nicht nur in der Europäischen Union, sondern weltweit müssen wir als Bundesrepublik Deutschland ein Vorbild sein. Durch die Wiedervereinigung haben wir dies bewiesen. Das müssen wir in die Welt hinaus tragen und das wünsche ich mir für die Bundesrepublik Deutschland.